Einen wunderschönen guten Morgen für euch. Heute ein neues Video. Wie ihr wisst, sehr gekauft. Und zwar filmet die Reihe gleich mal fort. Ein Mann kauft ein. Ihr könnt ja entscheiden, ob das Müll, Spittel oder doch hervorragende Sachen sind. Aber es geht los. Ich war bei Rewe einkaufen und habe gekauft... ...Joghurt. Tomaten. Die sind teuer. 1,39€. Die kommen bei 9,9€. Aber immer zähl ich was. Joghurt. Was ist haltbar? Joghurt. Oink oink. Ja. Altes Brot. Da. Ist immer noch im Angebot. Für 3,99€. Kann man kaufen. Für 5€ hat ich gesagt. Nö über 5€ kaufe ich kein Kaffee. Also zumindest in die Stellen. Zahnpasta. Feinste Eier. Ich habe ein Kakao. Da. Hier ist alles. Vielleicht noch am Backen. Ich habe ein Kakao. Backkakao. Und Tomaten. Punezucker. Und weil ich viel Butter brauche? Karregold. Mh? Das habe ich jetzt 2 mal, weil ich nachher backen will. Ihr wisst schon, Frauenversteuer. Und weil es so schön war, Joghurt. Oink oink. Waschpulver? Ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben was ist so für Waschpulver und für andere Sachen zum Waschen. Wenn man gerne mal dabei sind, ich würde mich auch über ein Abo freuen. Ihr aktivt die Glocke und bekommt Tag und bekommt auch 5 Tage ein neues Video. Und ein Shirt. Ja. Richtig. Und jetzt nochmal zum Thema Oink oink. Die kamen früher auch mal 2 Euro. Jetzt kosten sie fast 3 Euro. Teures Oink oink. Zuccher. Zum Backen. Kies. Mu. Milch. Mehl zum Backen, Cola, das Original, ja, ja, und das war mein Einkauf, ein Mann kauft ein, ja, so ist das heute, alle, ja, so ist das, und somit bin ich also, Meck, bis zum nächsten Video, bleibt für Schwulen, eure Superquelle. Vielen Dank.